Und das ist jetzt eigentlich die Nummer, die sich die Mädels am meisten gewünschen haben. Kaum war die Nummer in unserem Programm, drei bis vier Mal jeden Abend. Aber heuer spielen wir das Ganze nicht für die Mädels, sondern für einen lieben Freund, der folgendes Jahr DJ war nach dem Konzert. Und ein tragischer Unfall hat den Leider von uns gerissen. Ein paar Wochen später, die Irene ist von Hannes Kreiner, ein DJ von der Firma Musiker, als Erinnerung an ihn, widmet mir jetzt die nächste Nummer und wir denken wirklich mit Freude an ihn zurück. Er war ein lustiger Kerl und jetzt sagen wir, If tomorrow never comes. If tomorrow never minds. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020